Beispiel Für mich ist der Müll das größte Problem. Überall. In allen Ländern. Ich finde es wichtig, den Müll zu trennen. Bei uns im Haus machen das alle. Ich finde es aber nicht gut, dass die Stadt nicht jeden Abfall, zum Beispiel alte Türen und Fenster oder alte Autoreifen, kostenlos mitnimmt. Aber trotzdem. Mülltrennung ist wichtig und jeder Einzelne kann so etwas für den Umweltschutz tun. Untertitelung des ZDF für funk, 2017